Oh, Tiara, das ist... Was passiert? Was geschieht hier? Fantastisch, überwältigend. Wir sind Zeugen der Geburt einer neuen Galaxie. Ja, eines neuen Universums. Oh, was? Oh, Selfie! Best Blitz! Und Tobleratz! Was geschieht denn jetzt? Die roten Ketten sind weg. Das braucht die Allgäu nicht. Adios! Boah! Die Allgäu vor uns. Die rote Kette, sie hat nichts in sich aufgelöst. Wie konnte das passieren? Und warum erscheint Wesbred, das Pokémon vom See der Wahrheit, neben dir? Egal. Völlig egal. Es ist alles verloren. Meine Galaxie ist zerstört. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich werde die drei wieder einfangen und eine neue rote Kette schmieden. Aber vorher werde ich dich zerschmettern. Mich, das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Boah! Boah! Scheiße! Die Aufnahme geht schon viel zu lang. Galaktik-Boss Zirus fordert mich heraus. Kramp-Chef! Boah! Direkt entwickelt! Okay, aber Luxra, wir haben ja Luxra oben. Ich hoffe, Luxra geht's noch gut. Puh! Das wird jetzt ein Kampf. Ähm... Funken-Sprung. Boah, was war noch mehr effektiv? Weiß ich nicht. Ich glaube bis... Ah, nee. Ist ja ein Unlicht-Pokémon eigentlich. Ja, fuck. Hätte, glaube ich, da lieber... ...die andere Attacke einsetzen sollen. Boah, diese epische Musik. Das wäre jetzt noch geiler gewesen, wenn jetzt irgendwie Dialga im Hintergrund wäre. Das wäre jetzt auch noch richtig episch gewesen. Boah, gute Morgung. 45? Schmarotzan, ey. Können wir direkt weglassen. Brauchen wir nicht. Amnesie brauche ich auch nicht. Direkt weglassen. Garados. Oh. Haben wir gute Chancen? Ja, ne? Ja, eigentlich schon. Klar. Wo hat der denn noch mal einen Garados her? Holy moly. Okay. Okay. Fuchensprung. Hä? Jetzt schon Nussfressen? Was wäre mit dir los? Ja, war wohl nix, war? War wohl nix mit Nussfressen. Ich dachte, der lädt jetzt noch wegen dieser Beere. Ja, läuft. Hast du dir verdient. Sword Level 50? Oh yeah. Oh yeah. Sleep-Una. Ja. Nehmen wir auch weiter kämpfen. Dann machen wir auch mal den Plumpenspunkt schnell raus. Jetzt ist das Team fast alle. Oh, come on. Oh, nee. Oh, nee. Dieser scheiß Schaufler. Fast alle Pokémon sind jetzt auf Level 50 und höher. So, jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn nicht effektiv? Erdbeben oder Schaufler? Ich glaube auf Shelter-Raw. Dann nehmen wir auch Shelter-Raw. Alter, es wird wahrscheinlich nicht effektiv sein, der Schaufler. Habe ich mir gedacht. Perfekt. So, dann hauen wir doch mal. Ja, für Erdbeben, Knirscher. Machen wir mal den Megasauger. Gut, dass ich den Megasauger genommen habe. Das war wahrscheinlich nicht effektiv, habe ich mir gedacht. Aber ich kriege wenigstens ein paar Leben. Ja, ist halt ein bisschen blöd jetzt. 55, 40. Ich mache mal den Rasierblatt. Aero-Rass ist halt auch so eine krasse Attacke. Zieht schon ein bisschen mehr ab, der Rasierblatt. Komm, ein Aero-Rass. Das kriegst du noch hin. Na, komm. Das kriegen wir hin. Siehste, habe ich doch gesagt. Wir kriegen das hin. Du brauchst nicht ängstlich werden. Die Lage, die kippt nicht. X-Bat. Oh, das ist auch ein gründlich Pokémon. Da müssen wir wahrscheinlich einmal kurz Luxra reinholen. Weil Luxra, glaube ich, ein bisschen mehr Chancen hat gegen den X-Bat. Ich gebe zu, dass du mich an meine Grenzen gebracht hast. Das ist wahrscheinlich sein letztes Pokémon. Wird auch Zeit. Wird auch Zeit. Puh, was machen wir denn jetzt? Machen wir nochmal den Funksprung? Ja, let's go. Boah, schade. Ein HP noch. Ich hätte mich gerade so gefreut. Das, das kann und darf nicht wahr sein. Also so schnell, wie der das spricht, kann ich selbst noch nicht mehr sprechen. Aber jetzt ist es noch nicht das Ende. Es wird hoffentlich jetzt das Ende sein. Mit einem One-Hit-Funkensprung. Schade. Immer noch ein HP. Aber gut, jetzt sollte es zu Ende sein oder auch nicht. Der hofft aber auch wirklich keine Niederlage einzustecken. Immer Trank und Trank. Aber das nützt ihm nichts. So ist es. Niederlage ist Niederlage. Leider ein zweites Mal. Tja. Nix gegen Kinder, Junge. Ich kann das nicht akzeptieren. Die in den Mythen erwähnte Kraft. Ich habe sie nicht nur gesteuert. Ich habe sie mir zu eigen gemacht. Tja. So schnell geht das. Was ist dein ultimatives Ziel? Was sind deine Vorstellungen von Perfektionen? Kennst du etwa nur das, was kostbar ist? Das, was mit seinem Licht die Welt erhält? Pah. Es ist sinnlos, dich zu fragen. Doch ich werde nicht aufgeben. Eines Tages werde ich zu meiner Gottheit und die ultimative Perfektion erreichen. Nee. Oh, Kacke. Galaktik ist weg. Wir alleine sind mit. Nicht ganz alleine, aber Dialga ist auch da. Dialga, der Meister der Zeit. Ich kann nicht sagen, ob es wütend oder traurig ist. Aber mir schreit, als würde Dialga etwas von dir erwarten, Morino. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es fordert dich heraus. Geh schon, Morino. Stell dich Dialga. Höre auf die Stimmen in deinem Herzen und folge ihr. Dialga ist außer Kontrolle geraten, weil es mittels der roten Ketten dazu gezwungen wurde, hier zu erscheinen und seine Kräfte einzusetzen. Es scheint darauf zu vertrauen, dass du es aufhalten kannst. Oha. Morino, eben bin ich mit Barry begegnet. Er sagt, dass er an dich glaubt. Wenn jemand diese Aufgabe befältigen kann, nenn du. Auch ich glaube an dich. Bitte hilf diesem Programm an. Es leidet darunter, was Team Galaktik ihm angetan hat. Oh yeah. Wir werden auf jeden Fall das mythische Galaktik, äh, Galaktik, äh, Dialga, werden wir auf jeden Fall helfen. Diese scheiß roten Ketten, das war doch einfach nur Scheiße. Und befreien du wen jetzt. Tja. Boah, ich krieg wieder Gänsehaut des Todes. Also, holy moly. So geil. Was ist das denn? Oh. Boah, so geil. So episch. Also, Dialga habe ich mir jetzt irgendwie ein kleines Ticken größer vorgestellt. Ich weiß halt auch überhaupt nicht, was auf Dialga jetzt effektiv ist. Aber Dialga, Level 47? Hm, gut. Ich hätte jetzt gedacht, Level 50 oder so. Aber wir hauen einfach einen Funken-Sprung raus. Habe ich mir gedacht. Schade. Anti-Kraft. Oh, jetzt kommt sie. Boah, gar nicht so effektiv. Das ist schon mal gut. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Boah, alles steigt. Holy moly. Zeitenalarm. Boah, das ist die Special Attack von ihm wahrscheinlich. Ach, du heilige Kacke. Was ist, wenn ich das Dialga nicht besiege? Er hat ja nicht gespeichert. Ja, gut. Wir packen mal Rundemond rein, weil ich denke, Rundemond kann eh nichts machen. Auch von dem Level her. Und da... Achso, wir können ihn jetzt auch schon direkt fangen. Ah, okay. Uh, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Weil ich dachte, man müsste den erst bekämpfen. So wie man es ja jetzt in der heutigen Zeit kennt. Erst bekämpfen und dann fangen. Aber, wie ich sehe, wir können ihn jetzt schon fangen. Okay. Wir könnten ja den Meisterball nehmen. Aber... Hm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich würde schon doch gerne den Meisterball behalten für was anderes. Ähm... Ne. Wir machen jetzt erstmal Beutel. Ähm... Hypertrank. Jelterah. Das ist mir lieber. Ah, perfekt. Er konnte nicht angreifen wegen des Rückstoßes. Uh, okay. Na gut, dann versuchen wir mal das Inferno rauszuhauen. Was die einigen Folgen halt überhaupt nicht geklappt hat. Erz Rex Blizzard. Genau, so ein fettes Eis-Pokémon. Das hat er nicht getroffen. Ich glaube wirklich, dass... Nonomon eine Brille braucht. Oder mal zum Optiker muss. Aber ich hoffe mal, dass er es diesmal packt. Bitte. Jetzt bei diesem epischen Kampf. Hm, Lichtkanone. Ach du Scheiße. Ist das Nonomon direkt weg, oder nicht? Uh, gut. Ja. Schade. Ah, Lichtkanone. Läuft eigentlich ganz gut. Ja, ach, kannst vergessen. Entfernung und Hundomon. Das kannst du komplett vergessen. Schade. Oh, okay. Nee. Das ist doch kacke. Wie? Immer noch? Hä? What? Wie geht das denn? Ein HP überlebt. Äh, okay. Okay. Ja. Super. Super. Du hättest jetzt richtig durchziehen können. Ah, Schlitzalz. Die letzte Attacke. Okay. Na ja, einige Kps haben wir ihm ja schon abgezogen. Und gut, dass er keine Attacke hat, wo er sich heilen kann. Mal gucken, wie es mit Georock jetzt aussieht hier. Machen wir mal ein Erdbeben raus. Ich hoffe, ich, äh... Ich werde das die Alga jetzt nicht töten. Ah, doch ein bisschen zu viel Erdbeben. Georock. Ah, wieso Georock? Wieso? Wieso musstest du so einen harten Erdbeben raushauen? Jetzt habe ich kein Dialga. Ach. Und ich konnte vorher nicht speichern. Also ich konnte speichern wahrscheinlich, aber... Doch, ich konnte speichern, klar. Da war ja ein kleiner Sneakbeak drin, wo ich kurz speichern konnte. Ach, mein Gott. Das habe ich voll ver... Pfff... Dialga ist in seine ursprüngliche Welt zurückgekehrt. Moreno, ich kann es fast nicht fassen, dass du es tatsächlich geschafft hast. Du warst hervorragend. Wirklich absolut unglaublich. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so aufgeregt. Und das heißt, was bei 60 Jahren... Seit dem letzten Treffen hat der Professor unabhängig gefolgt. Er war besorgt an der Moreno und kam extra deiner Wege an diesen gefährlichen Ort. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Komm, lass uns nach Hause gehen. Hm. Niemand hat das Recht, die Zukunft anderer oder gar einer ganzen Welt zu bestimmen. Da hat der Professor recht. Gut. Ich denke mal, ich werde diesmal nichts speichern. Ich denke mal, ich werde jetzt diese Folge beenden. Und gucke mal gerade eben, dass ich vielleicht diese Dialga doch noch gefangen kriege. Und wenn ich es gefangen gekriegt habe, dann werdet ihr in der nächsten Folge natürlich Bescheid wissen. Bis dahin. Um keine weiteren Videos zu verpassen und ob ich das Dialga wirklich dann wirklich wieder gefangen habe, wenn das wirklich dann wieder geht, wenn es gespeichert hat, dann würde ich mich natürlich über ein Abonnement von dir freuen. Ganz kostenlos einfach auf den roten Button draufdrücken, um halt keine Videos zu verpassen. Und wenn dir dieses epische, geile Dialga gefallen hat, dann würde ich mich auch auf einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns. Danke fürs Einschalten. Holy Moly. Bis dahin. Adios. Euer Morin.